Süss. Vor einem Jahr haben wir im Gefängnis gespielt. Dort haben wir auch den Song gespielt, den wir genannt haben. Feliz Navidad. Oder wenn jemand tustet spontan die Wumpe, dann sagen wir mal Covid Navidad. Ja, auf jeden Fall, gehen wir jetzt Richtung Brasilien miteinander. Wir gehen zum Bossa Noah und spielen Feliz Navidad im Bossa Style. Feliz Navidad. 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 Jetzt sind wir ganz kurz miteinander auf Brasilien geflogen. Brasil. Jetzt habe ich gesagt, wir machen den Weltweis miteinander und jeder hat ja sein Träumchen, der noch irgendwo hinfliegen will. Und wir probieren das irgendwie musikalisch umzusetzen. Es ist jetzt immer Afrika und Schweden genannt worden. Das haben wir jetzt du sie mal gespielt, das nehmen wir jetzt mal weg. Und China und Japan, dann nehmen wir wegen den Medien, die im Moment sind schon da weg. Aber wenn ihr irgendjemand ein Wünschchen habt, das kann in der näheren Umgebung sein, das kann weiter sein. Wer hat denn ich gegeben? Hawaii. 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 Okay, Basströckli. Wie heißt der Hula-Hula-Tanz? Waikiki Beach. Okay, wir gehen mal auf Hawaii. 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 Ik- Amazon. to die ich Hawaii, Hawaii, schon sind wir wieder an einem warmen Ort gewesen. Es gibt auch etwas in der näheren Umgebung, wer möchte etwas in der näheren Umgebung herumreisen? Da kann ich ja fast die Füße überlaufen. Österreich, Österreich. Italien. Okay, Italien. Ah, das Land Europa. Okay, gut. Probier mal. Philippe Navidad. Philippe Navidad. Philippe Navidad. Prosper año emelie cielo. I want you wish me a Merry Christmas. I want to wish you a happy Christmas I want to wish you a happy Christmas Vella Italia, die Oper, die Oper. Griechenland, Griechenland, äh, fitta, Sirtaki, Sirtaki, okay. Sir-Taki? Sir-Taki, yes sir. Miss-Taki. Miss-Taki, Sirtaki, mal schauen, was hier passiert. Oh, boy. Oh, gosh. This one is- Oh. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosseiro ando y Feliz Imba We wanna wish you a Christmas We wanna wish you a Christmas Hey 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 Griechenland, da kommen wir auch mal als Musiker zu nehmen als Trompeter Russland ist schwierig, Putin war gerade vorhin nicht da, aber Irland, Irland, das ist nicht ganz einfach. Ihr wisst ja hier in Irland, der Bierkonsum pro Kopf ist 130 Liter Guinness-Bier. Genau, so würde ich es mir jetzt machen, aber wir wollen die nicht in den Schatten stellen. Wir machen jetzt einen typischen irländischen Volkssong. Stepptanz, Formation, Tanz. Okay, wir gehen auf Irland. Wo sind wir? Musik 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 Argentinien? Wer hat Argentinien gekauft? Okay, ein Mann, der gerne Rindfleisch isst. Kommen wir auf Argentinien. Argentinien, das ist das Land der Gitarren. Stier, kein Startbass. Wir gehen auf Andalusien und hören Flamenco. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. We wanna with you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Hoi! 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 Oh, die armen Kollegen, die nicht mehr auf den Ski fallen. Hoi! Okay, gehen wir auf Österreich miteinander. Wir nehmen einfach ein wenig Österreich um die Grenze Richtung Deutschland. Bayern. Sauerkraut. Bayern. Weisswürstchen. Da gibt es ja die Bierfest. Da ist nicht noch jemand da aus Bayern heute. Was? Ah, Salzburg. Salzburg. Wahnsinnig. So weit her kommen diese... Ich versuch's jetzt auch. Okay, dann gehen wir jetzt Richtung Bayern. Und äh... Jetzt sind die Lederhosen noch nicht trocken, gell? Auf geht's, Bayern! All righty then. Bad? Oh, falsch fahren. Das ist ja falsch. Wo ist dein Alphorn? Oh, Alphorn! The band is... The band is not... The band. For sure. Oh, come on! Oh, dubious... Ou, dubious... Oh, dubious... Oh, dubious... Oh, dubious... Oh, dubious... Yow, dubious.... On... 领... Little trouble... Nederlands... Musik So könnten wir weitermachen bis am Morgen am 5 Uhr ohne Pause. Aber wir müssen ja am 11 Uhr leider zu machen. Nächstes Moment, wenn ihr kommt, hoffen wir, dass wir dann bis am Morgen am 5 Uhr die Wettbeise weiterführen dürfen. Wir gehen aber wieder ein bisschen zurück in die Geschichte zum Herrn Händel. Er hat endes 16. Jahrhundert einen wunderbaren Song geschrieben. Freude an die Welt. Und in unserem Job als Musiker ist es ja, Freude und gute Laune zu verbreiten und in der guten Stimmung. Und ich hoffe...